Deckel abheben und in der Mikrowelle, Wasserbad oder Topf erhitzen. Welche Suppen wollt ihr denn jetzt? Ich will Kürbissuppe. Was? Welche Suppen? Ich will Kürbissuppe. Kürbissuppe. Und du? Ich will Kürbissuppe und da ist auch noch Mango-Kürbissuppe. Mango-Kürbissuppe. Ich will noch Banane. Banane willst du auch probieren? Wir wollen ein Little Lunch testen. Mit der Oma, meiner Frau und den zwei Kids. Ich will auch reinmachen. Ja, genau. Kann ich? Okay, dann legen wir meinen... Ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärke, ohne Farbstoffe, ohne Aromen. Deckel abheben und in der Mikrowelle, Wasserbad oder Topf erhitzen. Also, machen wir den Topf erhitzen. Okay, schön. Schauen wir mal, was ist Chili? Chili, Chili, Chili. Du machst Chili, die wird auch ein bisschen scharf. Mama, was kommt? Okay. Okay. Ich mache Kürbissuppe. 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 mit Kokosmilch und Sellerie. Ist das meins? Mhm. Ich finde das Sämme. Ein bisschen scharf. Das ist Kürbis. Mit Manko. Süßes. Meins ist ganz san. Du hast die Karotte und Orange mit Kokosmilch und Ingwer. Das schmeckt ein bisschen. Das Bittere von der Orange und das Ingwer. Das ist orange Ingwer. Jetzt kommt laut Hugo die Bananensuppe. Hugo. Da ist nämlich Bananen drauf. Heißt Little India. Ist eine Bio-Suppe mit Bananen, Kurkuma und Chili. Mein Favorit. Super. Die ist lecker. Die ist richtig gehaltvoll. Super lecker. Man schmeckt diese leckeren indischen Gewürze. Super. Das ist die beste bis jetzt. Und Chili hat sich total. Ja. Ja. Genau. Gut. Dann die letzte, die wir hier haben. Klassische Tomatensuppe mit Chili und Basilikum. Müsst du gerne noch ein bisschen Schärfe tun wollen. Ich will auch mal probieren. Das ist ein bisschen scharf, Hugo. Du musst einen kleinen Löffel nehmen. Hier mal. Ich würde das nur eine normale Tomatensuppe nehmen. Lecker. Aber ist gut. Ich finde es gut mit dem Chili. Probier du mal. Nicht scharf. Für mich. Schon ein bisschen. Nein, mir nicht. Für mich bestimmt. Ja. Bestimmte Schärfe. Und dann mit dem Basilikum. Gut. Basilikum. Sehr gut. Und Resümee von allen Suppen zusammen bei euch beiden. Was kostet die Papa? 2,99 Euro. 3,99 Euro. Ja, ich glaube man kriegt zwei Teller davon raus. Das ist eine alleine. Das ist eine alleine. Es ist okay, ja. Gerechtfertigt ist eine Bio-Suppe. Wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, zahle ich mittlerweile 4,50 Euro für die Suppe. Ja. Nein, Becker ist gut. Es schmeckt lecker. Auf jeden Fall besser ist die Becker. Lecker, lecker. Ich finde es schmeckt super, ja. Und man kann sie kaufen und es ist was anderes als sonst Dosen-Suppe oder Päckchen-Suppe. Ist gar kein Päckchen-Suppe. Okay. Ja. Da wird aber bis aufs Letzte ausgelöffelt Hugo, ne? Ja. Mach schon noch was du. Nochmal. Nochmal? Ja. Ab-bocken. Hier. Kanal. Liked das Video und abonniert den Kanal. Nochmal. Ja. 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 Ja.